So, back. Zweite Folge. Ich rede so schnell, weil das Spiel ist auch extrem hektisch, ey, alter Schwede. Wir sind mit einer Karte gestartet, die absolut nicht wir gebaut haben. Wir müssen diesen Typen befriedigen, damit er uns nicht angreift. Das ist so ein bisschen die Story. Wir müssen ihn komplett zerstören. Und dafür müssen wir sorgen, dass er uns nicht angreift. So eine Kirche, da ist noch eine Kapelle. Okay. Das ist das Schwierigste eigentlich an dem Spiel. Wir dürfen nicht angegriffen werden von ihm. So, hier wollte ich noch ein bisschen ausbauen. Zack. Du kannst ja mal ein paar, ein bisschen Nahrung mitnehmen und das ihm verkaufen. Wo brennt's? Da, da ist kein Problem. Da kommt die Feuerwehr hin. Das heißt, nach und nach werden wir hier auch die Häuser wegroden auf den anderen Inseln, weil die einfach viel zu viel Platz wegnehmen. Anstatt tatsächlich echt was zu bringen. Zack. Zack. Er braucht legit mehr Alkohol. Das Problem ist, ich habe auch fast keinen Alkohol. So was, die Bevölkerung wird aufgelöst. Zack, 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 zack. Zack, 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 Wir brauchen mehr Plantagen, eins, zwei, zack, hier rüber, hier wollten wir mehr Tabak anbauen auf der Insel. Das hatten wir hier vor. Sache ist halt, je mehr wir abreißen, desto mehr müssen wir natürlich auch Strafe zahlen. Also, was ist Strafe zahlen? Je mehr positive Bilanz haben wir. Wir haben nämlich jetzt schon wieder 200 Negative oder so. So, noch ein Rollo. Zack. Ähm. Alles rein. Wir fahren nochmal da hoch. Du fährst mal mit deinem vielen Stoff hier rüber. Dir können wir Nahrung geben. Wie sieht's aus mit uns? Wir sind cool. Zack. Zack. Handelsroute ein, bitte. Wie sieht's aus mit Nahrung? Wir sind noch am Droppen. Fallende Nahrung gefällt uns natürlich nicht. Oh, es war eins zu weit. Aber naja. Ist nicht so schlimm. Bauen wir hier noch eine Bäckerei hin. Ähm. Die werden auch nochmal irgendwann weichen müssen. Ein Badehaus. Ein Badehaus sorgt für Hygiene. Das Problem ist, es werden sich jetzt unglaublich viele Bürger auch entwickeln. Und daher bin ich am überlegen, die Schule nochmal umzusetzen. irgendwie hier hin. Schule. Ich sehe, dann können die hier hinten sich nicht entwickeln. Ja, der wird sich irgendwann zurückentwickeln, aber das kann mir ja egal sein. Ähm. Wie sieht's bei ihm aus? Er braucht Alkohol. Das hatten wir vor, ihm zu geben. Nice. Er mag uns einigermaßen, Leute. Ein Mark und Zigarren als nächstes. Eine Erzader ist ausgebeutet. Okay. Zack. Können wir sowieso hier. Zack. Zack. Ähm. Oh. Ressourcen rüberbringen können wir. Ähm. Wie sieht's hier aus? Mit Nahrung. Das ist alles einigermaßen okay. Nice. Wir haben ein Dings. Die Sache, die haben echt viele Schiffe. Also ich weiß noch nicht genau. Wir werden unglaublich viele Schiffe brauchen, um da einigermaßen gut durchzukommen. Ich glaube, wir werden auch erstmal nur Schiffe bauen. Um die Heereskosten einigermaßen niedrig zu halten. Wie ihr seht, wir sind jetzt schon ein bisschen low. Ähm. Damit wir, die Schiffe haben ja keine Heereskosten in dem Sinne. Wir haben irgendwo auch einen Turm stehen, was aussieht. Zack. 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 Ich fahr jetzt mal überall rum. Sammle die Ressourcen ein, die nicht benötigt werden. Eure Nahrungsvorräte gehen zur Neige. Okay. Okay. Wo? Auf der Insel. Überprüft eure Handelsrouten. Ja, wisst ihr was? Die Leute... Ich brauch da nicht unbedingt Nahrung. Ey, ich brauch da nicht unbedingt Leute, meine ich. Sorry. Äh. Ihr werdet verhungern, mehr oder weniger. Es tut mir ein bisschen leid, aber es ist halt so... Marco zu halb. Es fehlt an Nahrung. Oh, chill deine Nuggets. Ähm. 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 Ja. Ich will sie jetzt eigentlich noch nicht komplett aufgeben. Ich muss noch mal ein paar Hämmer... Ich baue noch mal ein paar Fischerhütten hier hin oder so. So drei vielleicht. Zigarren hab ich selbst nicht genug, Dude. Ähm. Zack. Verkaufen. Jetzt ist erstmal der überhaupt erstmal befriedigt. Krass. Ähm. Zehn Stück. Das sind drei Hütten. Eure Nahrungsvorräte gehen zur Neige. Ähm. Ähm. Zack. Hier hier hin. Wie sieht's aus mit unseren Nachbarn? Jo, in Ordnung. Ähm. 150 Kaufleute haben wir. Wir bauen exakt so viele, dass wir eine große Werft und Kanonen produzieren können. Aber wir können schon Kanonen produzieren. Warten wir mal kurz. Du. Ah. Zack. Ähm. Fischehütten. Hier ist ein okay. Fischehütte. Die ist auch tatsächlich okay. Ähm. Es fehlt an Nahrung. Wir sind dabei. Mann. Und da noch eine hin. So. Zack. Es brennt schon wieder. Es brennt schon wieder. Also brennen tut's echt häufig. Da muss man den Leuten mal lassen. Äh. Da sparen sie nicht. Ähm. Ähm. Da. 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 Ah. Er mag uns noch immer einigermaßen. Tabak habe ich halt immer noch super wenig. Das liegt wahrscheinlich an den Bürgern, hier auf der Insel. Überprüft eure Handelsrouten. Zack. Ich stehe sowieso nur im Weg, du Haus. Okay. Was ist das eigentlich für... Warum Jägerhütten? Also Jägerhütten sind wirklich die dümmste Erfindung, die es hier in diesem Spiel gibt. Okay, lass ich nochmal da. Nur genug Nahrung. Hier müssten wir langsam eigentlich keine Nahrungsprobleme mehr haben. Wir haben jetzt so viele... Ja, das passt jetzt. Ähm... Zack. Zack. Wo ist die Kanonengießerei? Zack. Da brauche ich eigentlich noch gar nicht so unbedingt ein größer... Ach komm, ich baue das größere Kontor. Alleine damit wir unsere ganzen Sachen da mal reinkriegen. Ähm... Ja, das Routensystem ist tatsächlich einigermaßen komplex hier, was man hier von Anfang an implementieren muss. Ähm... Ähm... Du... Fahr mal hier hin. Cloudy-Sachen. Kannst eigentlich... Ich will halt Tabak. Tabak habe ich aber nicht. Ähm... Zack, zack. Ähm... Zack, zack. Zack, zack, zack. Kriegen wir vielleicht noch mehr Tabak hin. Ähm... Hier gibt es halt Gewürze, das bringt uns nichts. Ist auch nichts. Da wissen wir uns nicht, was da drauf ist. Verkaufen. Verkaufen. Alkohol. So, wie sieht es bei ihm aus? Ist okay. Ähm... Das Volk bekommt kein Baumaterial. Das ist okay, aber immerhin kriegt ihr Nahrung. Also... Man kann nur eins haben. Also chillt. Oh... Okay. Du bist anscheinend so ein Fahrer. Zack. Ein bisschen Alkohol einpacken. Noch mehr Nahrung. Das Volk bekommt kein Baumaterial. So, wir stehen ganz gut. Gut. Er hat eine fette Burg. Aber noch keine Fußsoldaten. Aber... Das ändert sich bestimmt schnell. Und er hat eine Menge Schiffe. Und je häufiger er rumdödelt, desto mehr Schiffe hat er auch. Nahrung kriegen wir gut rein. Also von den Rohstoffen sind wir eigentlich ganz gut dabei, glaube ich. Von daher sollten wir das eigentlich nach Hause schaukeln können irgendwie. Vor allem so viele Leute brauchen wir nicht mehr. Wir brauchen natürlich noch ein paar Updates, aber... Überprüft eure Handelsrouten. Ey, das ist echt... Echt... Echt stressig. Die... Das Spiel hier. Zack. 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 Äh... Hauptinsel. Wie sieht das mit dem Tabak jetzt aus? Ich will die eigentlich nicht komplett hier leer machen. Die Insel. Den kann ich weg machen. Weil dafür haben wir hier noch nicht genug Leute. Wir könnten Gold produzieren. Zack. Zack. Das geht einfach alles weg. Quasi alles, was ich ihm anbiete, geht weg. Ist irgendwo zu viel Gewürze? Hier ist volles Gewürz. Ähm... Warum habe ich das entzogen? Achso, wegen den Kanonen. Ich warte hier die ganze Zeit. Kein Wunder, dass sich nichts ändert, wenn ich hier die Baumaterialien entziehe. Ja, noch mehr Kaufleute. Sehr schön. Jeden Kaufmann freue ich über jeden weiteren Bürger. Gemischte Gefühle, sagen wir so. Gibt es eigentlich einen Hotkey dafür, dass man sieht, welche Boote idle sind oder nicht? Das wäre mal ein sinnvoller Hotkey. Ah, ich habe hier Zuckerrohr gebaut. Bin ich dumm? Ah, das ist dumm. Okay. Sorry. Ich warte, die ihr das guckt, habe sich komplett direkt die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen. Was macht der Idiot da? Zack. 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 Tabak. 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 Bauen wir das andersrum die Straße. Können wir hier noch ein Feldmeer hinbauen. Ähm. Und noch einen Rollator. Uns fehlen drei Steine. Seriously? Hm. Ähm. Na gut. Äh, Gewürze. Nahrung. Ach, wir verstehen uns immer noch ganz gut. Ey, wie viel Scheiß ich einfach kriege, wenn ich einen Scheiß drauf gebe, was er von uns hält. Wie viel Zeug wir dann haben. Also Stoffproduktion wird ein bisschen wenig anscheinend. Ähm. Okay. Handelsgute festlegen. Von. Da. Oh, hab ich schon. Noch drei Bergen. Ne, okay. Einschalten. Euer Volk wünscht ein Theater. Überprüft eure Handelsrouten. Okay. Hier kommt ein bisschen Nachschub. 300 Kaufleute. Sehr nice. Sehr nice. Es reicht noch nicht für die große, für die große Werft. Leider. Aber es kommt noch. So, du bist jetzt wieder happy, oder? Sehr schön. Handeln. Gewürze. Ähm. Er will eigentlich nur Tabak gerade noch. Tabak bauen wir gerade ohne Ende. Da sind jetzt auch genug Platz für unsere Rollos. Muss jetzt aber auch genug sein. So, hier hinten sind mehr oder weniger alle degradiert. Zu Siedlern. Hier vorne bilden sie sich aus. Äh. Das mal da rein. Das können wir runter nehmen. Woher kriegen wir eigentlich Kleidung? Bauen wir hier Kleidung an? I don't know. Ich hoffe mal nicht, dass wir da Kleidung anbauen. Aber wir brauchen auch vielleicht einfach keine. Oh, hier sind Steine. Die wollen wir uns auf jeden Fall holen. Brand. Okay, reicht. Genug Platz dahin. Ähm. Ein paar von den Wegen sind richtig bescheuert. Wer sich sowas ausbaut. Ey, das. Der Platz sieht ja ganz nett aus. Aber was ist denn hier los? Unpraktischste Vogue ever. Das Glück wären wir nicht ständig von Piraten angegriffen. Das würde dann auch das Fass zum Überlaufen bringen. Oh, wir sind eigentlich ganz Buddies. Zigarren halt. Aber sonst. Es reicht hier um unsere Leute ein bisschen bei Laune zu haben. Okay. Da sind wir auf Maximum. Guck mal. Er handelt sogar mit den... Hä? Ich wusste nicht, dass die mit den Eingeborenen handeln. Nice. Dachte ich, das geht nicht. 13 Kanonen haben wir schon. Wir brauchen für die Menge an Schiffen, die der hat. Im System seine Schiffliste auch reingucken. Ich glaube nicht. Also er hat eins, zwei, mindestens drei von den Kriegsschiffen. Ich sehe eins von den Handelsschiffen und mehrere kleine. Und ich habe es eben noch gesagt. Ich habe es eben noch gesagt. Vielleicht muss ich mal mit dem handeln. Überprüft eure Handelsrouten. Vielleicht muss ich tatsächlich mal mit ihm handeln. Vorsegel! Ähm. Zack. Tut mir leid, Boy. Ähm. Willst du mich nicht angreifen? Außerdem haben sie eine Kanone. Die könnte ganz interessant für uns sein. Ups. Nochmal. Ähm. Zack. Zack. Nahrung nehmen wir mit. Stoffe nehmen wir mit. Und. Und. Ah ne. Wir fahren hier hin. los. some. esta. Da 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 da. Und. eten. So 440 Wir kommen mit großen Schritten näher Die Kanone kaufen wir auf jeden Fall Und dann kaufen wir noch Die Ziegel vielleicht oder so Ziegel, die Werkzeuge Mochte uns nicht mehr so sehr Danach würde er uns einfach hinwegfegen Wie haben wir? 460 Wir kommen der Sache näher Wir kommen der Sache näher Wir kommen auch zum Ende der Folge Sehe ich gerade Ja, ich glaube in der nächsten Folge Sollten wir anfangen können Unsere Armee zu bauen Wir werden nicht fertig werden Mit der Armee bauen Das werden wir nicht schaffen in der Zeit Aber wir können anfangen Also von daher Bis gleich zum Armee bauen Alles auf dem Und ich habe jetzt hier Entschuldigung Und ich habe